Ich mein, weil, wenn du was isst, dann kriegst du doch Essen, äh, kriegst du doch Herzen. Das ganz im Eck kriegst du, das ganz im Eck. Ja, wenn du was isst, kriegst du auch Herzen. Ja, ja, ja. Ah, da. Kriegst du ein halbes Herz. Das ist das kleinste Essen, deswegen. Ja, und Holz, wer doch? Wobei, ich hab dir noch was. Ich hab mir gedacht, ich hab's den Turm hoch. Okay. Ich hab einen Kaktus gelaufen. Hat jemand ne Schale für mich, weil ich hab nicht noch ganz viel, äh, solche... Der Flo hat sowas. Ja, ich hab ne Schale für dich. Ich hab halt zwei volle Schalen. Ja, du gibst mir eine einfach her. Ja, ich hab... Weil ich brauch eh was zum Essen. Ja, jetzt komm, du mal kurz zu mir, ich hab noch ein Chain. Das war der schnellste Zombie-Gel-Ever. Ich brauch nur noch ne Chain-Hose. Ja, ich guck, was ich mach. Ja, ich steh einfach in der Mitte. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, Flo. Ich bin grad in einem Housie. Ja. Oh, das hat sich gelohnt. Hallo, hier bin ich. Ja, aber richtig. Oh, da kommen zwei Zombies. Was ist da runtergeworfen, oder was, des Zeugs? Hast du noch mal ein Eisenschwert, oder sowas? Nee, da drin liegt noch was. Da hier rechts um die Ecke, kannst du vielleicht noch was verbessern? Oh, geil. Denn, ähm, weil mein Eisenschwert ist fast... Hast du gerade aufgehoben schon? Ja. Ja, das kann ich jetzt. Oh, wow. Dann hab ich noch das da für dich. Oh nein, hast du jetzt noch mal Schaden bekommen? Und, äh, den Rest würde ich jetzt noch erstmal kurz behaupten. Ich komm sofort zu dir. Ich loote da noch einmal. Lederhauben schmeiß ich mir weg. Braucht kein Schwein, oder? Nee, braucht man nicht. Braucht das noch mal diese eine... Kettenstiefel? Gute, ah, da ist die Kisse. Nee, Kettenstiefel hab ich. Wie gut erhalten sind deine? Dreißviertel. Okay. Äh, Jakob, ich hab jetzt noch ein Stack Cookies für dich. Ich bin hinter dir. Ja, ich komm. Ja, gib mir lieber, ähm, die Ding. Die Schüssel. Ich hab nochmal Kettenstiefel. Weil ich hab hier auch noch ein paar... Ein paar... Wo bist du denn? Hier. Gib mir die Schüssel. Ja, ich hab... Ähm... Ich hab so viel Cookies, ich nehme einfach. Danke dir. Ja, dann gib halt her, wenn du so viel Cookies hast. Geile Sache. Ja, jetzt hab ich keine mehr. Okay. Ähm, kannst du jetzt noch was essen? Ich hab jetzt auch noch mal Kettenstiefel gebraucht und jetzt sind meine Kettenstiefel voll. Nee, nicht wirklich. Ich hätte Kettenstiefel gebraucht. Ich hab noch mal keine Kettenstiefel. Ich hatte gefragt. Sorry. Hat der. Du hast nicht mehr so viel. Ah, ich brauch mal Wasser, Moment. Wo gab's hier Wasser? Ähm, irgendwo in der Ecke. Ich weiß nicht mehr, in welcher Ecke. Hier hinten. Ich hab ein Kettenhemd. Braucht noch jemand ein Kettenhemd? Nee. Nee, meinst ist voll. Okay, dann lass mal weitergehen, oder? Ja. Gut, dann lass uns auch mal weitergehen, oder? Ach, noch einmal runter in die Kirche. Guck noch kurz, ob die Druckespaulung sind. Aber dann gehen wir. Nee, dann können wir weiter. Weil das sind halt drei Kisten. Die sind nicht so schlecht. Äh, nee, Noxmoor in, oder? Scheiße, das sind doch Noxmoor. Ja, okay, weiter, ich... Schnell rein. Okay, jetzt sind nicht wieder gespawnt. Okay, dann lass weitergehen. Machst du gerade ein... In. ...Tobby-Blatt, oder? Also ich hätte noch Weizen für zwei Stack Cookies. Ja, dann mach die doch. Dann mach die noch und wir warten. Ja, dann mach Brot. Nein, ich mach kein Brot. Doch, das spriegt's mehr. Nein, mach ich nicht. Nein. Doch. Ich mach's nicht. Prinzipiell, nein. Ja, okay, dann halt nicht. Dann gehen wir zu Noxmoor in jetzt. Komm, Jakob. 1.000 ist noch das Login-Camp. Da hol ich mit zwei Weizen acht raus. Wir müssen, glaub ich, ja. Hunger-Regeneration. Wir laufen links dran vorbei, glaub ich, oder? Wo wollt ihr? Links. Ja, wir laufen links dran vorbei. Ich hab noch eine Suppe und zwei Melonen. Und mit Brot hol ich gerade mal irgendwie zweieinhalb bei Hunger raus. Nein. Mit Brot heilst du drei Hungerbalken. Und du kannst ja drei stacken. Das heißt, du kannst mit Brot insgesamt neun heilen. Und mit Cookies kannst du wie viel? Vier. Ach, acht heilen. Nein, vier. Ja, die Herzen sind mir doch scheißegal. Wie oft heilen wir uns mit Essen, bitte? Ja, komm, wir sind hier rüber, hier. Durch die Schnee. Ach so, ja, dann sind die Brote effektiver. Aber das Problem ist, Jakob, dass du nicht so viel Weizen findest. Doch, wenn man... Dann hast du eins laut Verbrauch. Na gut. Na gut. Aber was? Ah, ne, wir können... Wir laufen jetzt eh am Eis. Macht, was ihr wollt. Ja, der Flo hat keine Moods rausgemacht. Tobi, du hast keine Wooden Hoe. Ne. Okay. Wir müssen ja auch ne Ding aufnehmen. Ne Folge Hangar. Ja, ist schon. Danke. Oder ein paar Folgen Hangar Gaze. Da holen wir noch einer. Wurde ja gefragt. Kommt er? Ja. Hab ihn. Oh, pack ich immer noch eineinhalb Herzen. Schön sieht's hier aus, oder? Geiße. Wunderbar. Wie soll das auf plattes Land? Okay. Äh, ich ess mal kurz was. Ja. Und vor allem, wir müssen ja nicht drüber spielen. Anfänger schon mal so? Doch, wir sind aber im Wasser in den Hangar gelaufen. Ah, okay. Wir sind ja schon mal in den Hangar in Richtung, wo er ist das gelaufen. Oh, ne, dann gibt's mal was zum Heilen. Ist das ein Half-Sledge Schnee hier? Jetzt gibt's das, glaube ich, auch nur mit einer Mod. Glaub ich nämlich auch. Weil das finde ich echt ne coole Sache. Ja, da muss man hier nicht durchspinken. Wenn es das bei Gras auch noch geben würde, das wäre echt geil. Wo ist die? Vor allem ist das Mikro gestoßen. Gehst du bestimmt auch mit einer Mod? Äh, sollen wir da rüber springen? Ich glaube, da laufen wir jetzt ein bisschen hoch. Ja, ja, das ist ja nicht so hoch, oder? Das probieren wir. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Einfach halt nicht springen, ja. Ein bisschen essen und können uns besser heilen. Weißt du noch, Sprinten ist auch gut. Wenn man sprintet, dann, äh, ja, dann hat man Spaß. Ja, und dann hat man Spaß am Arsch. Ja, so wie ich vorher hatte ich echt neun oder zehn Zombies an meinem Arsch plötzlich. Ja. Ja, wenn dein Arsch halt auch nicht geil aussieht. Ja, klar. Das ist halt ein Manko für mich, ja. Und mit diesem Handicap lebe ich gerne. Wenn du deinen Arsch hast. Ja. Ja, wenn halt einer mich mit dem Pfeil trifft oder so, bin ich halt sofort weg. Ich auch. Ja, oh Mann, geht's hier hoch. Echt? Seid ihr so angeschoben? Ja, ich hab nur zwei Herzen. Wärten doch andersrum laufen sollen. Aber egal. Warum? Ich muss ja erst einmal springen. Ich muss noch gar nicht springen. Fakt geht's hier hoch, ey. Ja, richtig. 400 noch. Ich muss jetzt schon ein paar Mal springen. Aber ihr habt ja noch Nahrung. Flo heult ja eh rum, dass er zu viele Cookies hat. Ich soll nicht mehr rum, dass ich zu viele Cookies habe. Vielleicht haben wir es uns ja noch zu treffen in dieser Folge. Sollen wir heute hoch? Nee, aber ich... Oder springen einfach von irgendwo runter. Vielleicht so geil, wenn's oben auf den Berg gehen würde. Ja, und fallen, genau. Oder wir gehen wieder zu... Es gibt bestimmt auch irgendwas oben auf dem Berg. Wovor haben wir eingeschlossen nochmal? Wo war das, wo wir eingeschlossen waren? So am ersten Mal? Ah, hier auch so rum. Nee, der geht auf dem Berg. Irgendeine Castle war das. Ja, ja. Beim ersten Mal? Aber hier könnten wir nochmal in diesen Demons-Temple. Ja, genau. Ach, genau. Das war das zweite Mal. Wo ich dann off-screen Buttons gesucht hab. Ja, genau. Ach so, das ist Devil's Hase. Ja. Oh, Mann, da war die auch... Ich glaub, alles, was mit Devil und Demons zu tun hat, ist... Warte mal kurz, so wie ich schon mal kurz... Du bist am gleichen Ort gefangen. Da geht's nicht lang, ich hab's grad... Ja. Wo sind wir da? Sagen wir mal die Koordinaten. Ihr könnt nicht... Ihr könnt nicht... Minus 1300. Äh, nee, ich hab mal geschaut, ob es da oben drauf was gibt. Minus 970. Schaden gekriegt? Minus wie viel 70? Weil du zu 20 runtergefallen bist. Äh, nö. Au. Schau mir da. Leute, ich hab euch grad verloren. Wo seid ihr? Einfach runter Richtung... Einfach immer runter Richtung Fluss und dann weit am Fluss entlang links. Watership... Ne, wir können Rechtshand vorbei, glaub ich. Okay. Ja, 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 wir können Rechtshand vorbei. Ich bin auch gleich unten am Fluss. Oh, da kommt ein Zombie. Aua, ich hab auch grad Schaden bekommen. Ja, aber nee, hab ich gar nicht wirklich. Oh, zweimal. Nehmen wir auch so rum. Ja, aber das macht nur der Rüstung was. Nö, können wir schon machen. Ah, hi, Andi. Aua. Halbes Herz. Oh. Oh. Alter. Also, da drüber sagst du. Ja, hier oben drüber. Hast du noch was zu essen? Ja, bist du auch da? Nur Rotten Fleisch. Ah ja, okay. Nur ein Fluss. Es ist heute leider auch rüberspringen, aber das ist jetzt halt so. Weißt du, Tobi ist fast tot, sagst du? Zeig ich. Halbes Herz hat er grad gehabt. Finde ich gut. Jetzt einmal. Zeig das, wenn es euch gefällt. Ja, mir gefällt es auch. Ja, glaub ich. Da oben ist der Zombie. Oh, Mann ey. Und in Logging-Camp, da sind voll viele. Bist du drauf? Dein einziges Hunger ist auch schlechtes Deutsch. Tobi, das heißt, in Logging-Camp, da kommen immer wieder Zombies. Ja, das wird witzig. Da sind voll viele. Das wird ne Fest. Ja. Also, Leute, ich glaub, wir spawnen gleich nochmal irgendwo bei euch in der Nähe. Halt ich für Gerücht. Wir finden jetzt einfach Heiltrenkel. Wir sind jetzt nämlich in der Sichtweite von Noxmoor Inn. Was ist denn da eigentlich alles? Äh, wahrscheinlich nix, aber da... 150 noch, bisschen kommen wir mal. Warum sind wir dann grad so weit gelaufen, um da hinzukommen? Weil wir direkt dann an der Pirate-Chip laufen und nach nach Frostbane. Oh, so. Was war mit Frostbane? Hab ich verloren, hab ich verloren. Ja, ich bin links gelaufen dann. Looten? Frostbane war nicht so gut zum Essen holen. Also, Minus-Tweißer nicht hohen, Noxmoor Inn ne Kiste haben soll. Minus 880 bin ich. Aber unbedingt nochmal trinken auch. Okay. Warte, ich schau mal kurz was. Moment. Was ist Vicky sagt zu Frostbane? Äh, zu Noxmoor Inn. Autsch. Ich glaub, das sagt's nicht. Er wollte mich verarschen. Hier ist ein Turm, auf den muss ich hochspringen. Es sollen vier Säten, vier Realschests sollte sein. Na ja, das ist richtig. Ich hab noch gar nichts gefunden. Ein auf dem Turm und zwei im Gasthaus und ein unter den Treppen vom Gasthaus. Auf dem Turm war nichts. So, sind wir gleich da. Wir waren zwei im Gasthaus. War nichts. Und eins unter der Treppe im Gasthaus. Da ist schon ein Zombie. Ja, sonst gehen wir gleich weiter. Wir müssen uns begrüßen. Cool. Gut, dann gehen wir direkt zum Pirate Chip. Ach, das ist das wieder. Ah, ja, okay. Ich glaube, es gibt ja auch noch ein Grab zum Looten. Ja. Das Pirate Chip? Ja. Stellst du's an oder? Oh, da ist ne Bandage. Oh, da ist jemand. Okay, wartet ihr auf mich bitte. Jawoll. Na toll. Was machen wir? Erstmal looten, dann hoffen, dass irgendwas erweißen ist. Jakob, wie weit ist es denn bis dahin? 250. Hast du gesehen, wo er ist? Ja, weil wenn wir dann da sind, soll ich zum Beispiel. Der ist da rechts in der Meer. Wir machen dann da eine Aufnahmepause dann. Also Leute, noch fünf Minuten. Davor sterben wir noch. Fünf Minuten. Ja, ich glaube auch. Zum Sterben. Hier sind glaube ich Kette zum Runtergehen, Leute. Wieso, glaubst du? Ja, es sieht danach aus. Achtung, kein Geländer. Nice. Hast du die Bandage mitgenommen? Warte, Tobi. Nicht so schnell. Ah, Rosenrot. Ja. Nice. Wenn wir was zu am Heil haben, gehen wir wieder. Aber Scheren haben wir nicht, oder? Nee. Scheiße, ich habe zwei Scheren, Leute. Bringt euch nicht viel, ne? Nee, glaubt nicht. Tobi Crouch, ich habe gehört, du hüpfst wieder auf den Schiff hoch oben. Keine Lust, dass der uns zieht, auf den Schiff hoch oben. Auf den Ausguck. Ich habe es fast schon vermutet, ja. Aber du gibst ja in meiner Jump-App so mal an, dass du so gut bist. Ich meine nicht, dass er gestorben ist, aber ich. Du gibst in der Jump-App ja immer an, dass du so gut bist. Irgendwie... Ich bin auch hier bei meinen Sie noch nie gestorben. Oh, jetzt kommt wieder das. Weil Ungländer. Natürlich bist du in meinen Sie schon wieder. Aber nicht durch Fallschaden. Ah, ist im anderen Gebäude. Ich auch nicht. Ja, ich war schon in dem Gebäude. Ich war schon dreimal auf dem Windstrom in Sundown Observatory. Und da oben auf dem Schiff war ich auch schon. Bin ich nicht runtergefallen. Ich bin doch schon wegen Fallschaden gestorben. Hey. Oder loggen wir uns hier aus? Wollen wir uns hier ausloggen? Ich bin gar nicht so blöd. Ah, Nico, was hat er da? Ah, oh. Ja, wir loggen uns mal aus. Warum? Da läuft grad was durch. Wir machen ja eh gleich Schluss, ey. Ja, wir sehen uns beim Pirate-Ship, das looten wir einmal und dann machen wir uns so. Ja. Genau. Sollen wir dann schon jetzt raus? Ich logg mich aus. Das find ich schon cool gemacht hier, das Pirate-Ship. Das ist eins der Bauten, das ihm richtig, richtig am meisten gefällt. Richtig, richtig am meisten. Ja, also grad hier wie dann dieses Moos da runter wächst und so. Da war ich noch gar nicht, glaub ich. Doch, da waren wir schon zusammen. Da warst du auch mit dabei. Da war dieser eine Typ mit dem Diamantschwert. Der hat jetzt echt keine Kisten mehr. Wieso hat sich immer kein... Doch, ganz oben. Wer hat geschossen von euch? Ich hab einen Spieler-Rat-Bier erledigt. Der hat auch ein bisschen Loot dabei gehabt. Komm mal her. Wie, du hast das Spiel erledigt? Wo denn? Also ein Spieler-Zombie. Vor dem Ding? Hä? Hab ich gar nicht gesehen. Was? Wo bist du? Ich seh auch deinen Namen nicht mal. Dann ist der vielleicht gerade gestorben hier. Äh, der hat auch ne Schere und so. Äh, wuh. Braucht jemand ne Kettenrüstung? Ne, oder? Guck mal, sammeln wir hier noch auf. Ja, ich komm mal grad auf. Oh. Mit zwei gezielten Schüssen in den Kopf. Der hat auch ne Spitzhacke. Lasst mir die Kettenstiefel. Lasst mir bloß die Kettenstiefel. Oh, der hat auch zwei Knöpfel gehabt. Jakob, brauchst du ein Rosenrot? Äh, ja. Oder hast du inzwischen ein? Ich brauche ein Rosenrot, ja. Kriegst du? Seht ihr, ob die Truhe oben draufschießt, auf dem Pirate-Chip? Braucht jemand ne Schere noch? Das... Ne, der ist wahrscheinlich von da oben runtergefallen. Ja, wahrscheinlich. Jo, aber ich würde mich da mal ausloggen, weil ich's dann mal... Ja, dann machen wir mal dasselbe. Laufen wir noch ein paar Meter weg, oder? Ja, wir laufen noch ein paar Meter weg, in welche Richtung? Vor allem alle hier da hinten ins Eck und vor allem alle gleichzeitig dann wieder einloggen. Ja. Okay. Gut, gut. Also, in diesem Falle... Vielen Dank fürs Zuschauen noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab jetzt auch eine Eiszeit für Leute. Ich hab den auch bringt. Ja, super. Geil, dann kann man noch mal nach Basel gehen, oder? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Genau, ciao. Ciao. Ciao.